Nachdem Sie diesen fünften Teil sorgfältig studiert haben, werden Sie sehen, dass jede denkbare Kraft, jedes Objekt oder jede Tatsache das Ergebnis des aktiven Geistes ist. Der handelnde Geist ist der Gedanke, und der Gedanke ist schöpferisch. Männer und Frauen denken jetzt, wie sie noch nie zuvor gedacht haben. Deshalb ist dies ein schöpferisches Zeitalter, und die Welt vergibt ihre reichsten Preise an die Denker. Die Materie ist kraftlos, passiv, träge. Der Geist ist Kraft, Energie, Macht. Der Geist formt und kontrolliert die Materie. Jede Form, die die Materie annimmt, ist nur der Ausdruck eines vorher existierenden Gedankens. Aber der Gedanke bewirkt keine magischen Verwandlungen. Er gehorcht den Naturgesetzen. Er setzt natürliche Kräfte in Bewegung. Er setzt natürliche Energien frei. Er manifestiert sich in ihrem Verhalten und in ihren Handlungen. Und diese wiederum wirken auf ihre Freunde und Bekannten. Und schließlich auf ihre gesamte Umgebung. Sie können Gedanken hervorbringen. Und da Gedanken schöpferisch sind, können sie für sich selbst die Dinge erschaffen, die sie sich wünschen. Mindestens 90 Prozent unseres geistigen Lebens sind unbewusst, sodass diejenigen, die diese geistige Kraft nicht nutzen, in sehr engen Grenzen leben. Das Unterbewusstsein kann und wird jedes Problem für uns lösen, wenn wir wissen, wie wir es lenken können. Die Prozesse des Unterbewusstseins sind immer am Werk. Die Frage ist nur, ob wir nur passiver Empfänger dieser Aktivität sein sollen oder ob wir die Arbeit bewusst lenken sollen. Sollen wir eine Vision des zu erreichenden Ziels haben, von den Gefahren, die es zu vermeiden gilt, oder sollen wir uns einfach treiben lassen? Wir haben festgestellt, dass der Verstand jeden Teil des physischen Körpers durchdringt und immer in der Lage ist, durch eine Autorität gelenkt oder beeinflusst zu werden. Diese Autorität kommt aus dem objektiven oder dem dominanteren Teil des Verstandes. Der Verstand, der den Körper durchdringt, ist größtenteils das Ergebnis der Vererbung, die wiederum einfach das Ergebnis aller Umwelteinflüsse aller vergangenen Generationen auf die reaktionsfreudigen und stets in Bewegung befindlichen Lebenskräfte ist. Das Verständnis dieser Tatsache wird uns in die Lage versetzen, unsere Autorität zu nutzen, wenn wir feststellen, dass sich ein unerwünschter Charakterzug manifestiert. Wir können alle wünschenswerten Eigenschaften, mit denen wir ausgestattet sind, bewusst nutzen und die Unerwünschten unterdrücken und nicht zulassen, dass sie sich manifestieren. Auch dieser Geist, der unseren physischen Körper durchdringt, ist nicht nur das Ergebnis erblicher Veranlagungen, sondern auch das Ergebnis des häuslichen, beruflichen und sozialen Umfelds, in dem wir tausende von Eindrücken, Ideen, Vorurteilen und ähnlichen Gedanken aufgenommen haben. Vieles davon haben wir von anderen erhalten, als Ergebnis von Meinungen, Vorschlägen oder Äußerungen. Vieles davon ist das Ergebnis unseres eigenen Denkens, aber fast alles wurde mit wenig oder gar keiner Prüfung oder Überlegung angenommen. Die Idee erschien plausibel. Das Bewusstsein nahm sie auf, leitete sie an das Unterbewusstsein weiter, wo sie vom Sympathikus aufgenommen und zum Einbau in unseren physischen Körper weitergeleitet wurde. Das Wort ist Fleisch geworden. Das Gesetz der Anziehung bringt uns nicht die Dinge, die wir mögen sollten, oder die wir uns wünschen oder die jemand anderes hat, sondern es bringt uns unser Eigenes, die Dinge, die wir durch unsere Gedankenprozesse bewusst oder unbewusst geschaffen haben. Leider erschaffen viele von uns diese Dinge unbewusst. Wenn wir ein Haus für uns selbst bauen würden, wie sorgfältig würden wir dann auf die Pläne achten, jedes Detail studieren, auf das Material achten und nur das Beste von allem auswählen. Und doch sind wir so nachlässig, wenn es darum geht, unser geistiges Haus zu bauen, das unendlich viel wichtiger ist als jedes physische Haus, da eines, was in unser Leben eintreten kann, vom Charakter des Materials abhängt, das in den Bau unseres geistigen Hauses einfließt. Was ist der Charakter dieses Materials? Wir haben gesehen, dass es das Ergebnis der Eindrücke ist, die wir in der Vergangenheit angesammelt und in unserer unterbewussten Mentalität gespeichert haben. Wenn diese Eindrücke von Angst, Kummer und Besorgnis geprägt waren, wenn sie mutlos, negativ und zweifelhaft waren, dann wird die Textur des Materials, das wir heute weben, aus demselben negativen Material bestehen. Anstatt wertvoll zu sein, wird es schimmeln und verrotten und uns nur noch mehr Mühsal, Sorgen und Ängste bringen. Wir werden ewig damit beschäftigt sein, es zu flicken und es wenigstens vornehm aussehen zu lassen. Wenn wir aber nichts als mutige Gedanken aufbewahrt haben, wenn wir optimistisch und positiv waren und jede Art von negativem Gedanken sofort auf den Schrotthaufen geworfen haben, uns geweigert haben, irgendetwas damit zu tun zu haben, uns geweigert haben, uns damit zu verbinden oder uns in irgendeiner Weise damit zu identifizieren, was ist dann das Ergebnis? Unser geistiges Material ist jetzt von der besten Sorte. Wir können jede Art von Material weben, das wir wünschen. Wir können jede Farbe verwenden, die wir wünschen. Wir wissen, dass die Textur fest ist, dass das Material solide ist, dass es nicht verblassen wird und wir haben keine Furcht, keine Angst vor der Zukunft. Es gibt nichts zu verbergen, es gibt keine Flecken zu verdecken. Dies sind psychologische Tatsachen. Es gibt keine Theorie oder Vermutungen über diese Denkprozesse. Es gibt nichts Geheimes an ihnen. In der Tat sind sie so klar, dass jeder sie verstehen kann. Es geht darum, einen geistigen Hausputz zu machen und diesen Hausputz jeden Tag durchzuführen und das Haus sauber zu halten. Geistige, moralische und körperliche Sauberkeit sind absolut unverzichtbar, wenn wir in irgendeiner Weise Fortschritte machen wollen. Wenn dieser geistige Hausputz abgeschlossen ist, wird das Material, das übrig bleibt, geeignet sein, die Art von Idealen oder geistigen Bildern zu schaffen, die wir zu verwirklichen wünschen. Es gibt ein schönes Anwesen, das auf einen Antragsteller wartet. Seine weiten Äcker mit reichlich Ernte, fließendem Wasser und schönem Holz erstrecken sich, soweit das Auge reicht. Es gibt ein geräumiges und fröhliches Herrenhaus mit seltenen Bildern, einer gut bestückten Bibliothek, reichen Wandbehängen und allem Komfort und Luxus. Alles, was der Erbe zu tun hat, ist, sein Erbrecht geltend zu machen, den Besitz in Besitz zu nehmen und ihn zu nutzen. Er muss es nutzen, er darf es nicht verfallen lassen, denn die Nutzung ist die Bedingung, unter der er es besitzt. Wer es vernachlässigt, verliert den Besitz. Auf dem Gebiet des Verstandes und des Geistes, auf dem Gebiet der praktischen Macht, ist ein solches Vermögen Ihr Eigentum. Sie sind der Erbe. Sie können Ihre Erbschaft geltend machen und dieses reiche Erbe besitzen und nutzen. Macht über die Umstände sind eine seiner Früchte. Gesundheit, Harmonie und Wohlstand sind Vermögenswerte in seiner Bilanz. Es bietet Ihnen Gelassenheit und Frieden. Es kostet Sie nur die Mühe, seine großen Ressourcen zu studieren und zu ernten. Es verlangt keine Opfer, außer dem Verlust ihrer Begrenzungen, ihrer Knechtschaft, dem Verlust ihrer Schwäche. Es kleidet Sie mit Selbstachtung und gibt Ihnen ein Zepter in die Hand. Um diesen Stand zu erlangen, sind drei Vorgänge notwendig. Sie müssen es ernsthaft begehren, Sie müssen Ihren Anspruch geltend machen und Sie müssen es in Besitz nehmen. Sie werden zugeben, dass dies keine beschwerlichen Bedingungen sind. Sie sind mit dem Thema der Vererbung vertraut. Darwin, Huxley, Heckel und andere Naturwissenschaftler haben Beweise dafür angehäuft, dass die Vererbung ein Gesetz ist, das die fortschreitende Schöpfung begleitet. Es ist die fortschreitende Vererbung, die dem Menschen seine aufrechte Haltung, seine Bewegungskraft, die Verdauungsorgane, den Blutkreislauf, die Nervenkraft, die Muskelkraft, den Knochenbau und eine Fülle anderer Fähigkeiten auf der physischen Seite verleiht. Es gibt sogar noch beeindruckendere Fakten bezüglich der Vererbung der Geisteskraft. All dies macht das aus, was man die menschliche Vererbung nennen kann. Aber es gibt eine Vererbung, die die Naturwissenschaftler nicht erfasst haben. Sie liegt unter all ihren Forschungen und ist ihnen vorausgegangen. An einem Punkt, an dem sie verzweifelt die Hände in den Schoß legen und sagen, sie könnten das, was sie sehen, nicht erklären, ist diese göttliche Vererbung in vollem Gange. Sie ist die gütige Kraft, die die ursprüngliche Schöpfung bestimmt. Sie strömt vom Göttlichen herab, direkt in jedes geschaffene Wesen. Sie bringt das Leben hervor, was der Naturwissenschaftler weder getan hat, noch jemals tun kann. Sie erhebt sich unter allen Kräften als die Höchste, Unnahbare. Keine menschliche Vererbung kann sich ihr nähern. Keine menschliche Vererbung kann sich mit ihr messen. Dieses unendliche Leben fließt durch sie. Es ist sie. Seine Tore sind nur die Fähigkeiten, aus denen ihr Bewusstsein besteht. Diese Türen offen zu halten, ist das Geheimnis der Macht. Lohnt es sich nicht, die Anstrengung zu unternehmen? Die große Tatsache ist, dass die Quelle allen Lebens und aller Kraft von innen kommt. Personen, Umstände und Ereignisse mögen auf Bedürfnisse und Möglichkeiten hinweisen, aber die Einsicht, die Kraft und die Macht, auf diese Bedürfnisse zu antworten, werden in uns selbst zu finden sein. Vermeiden Sie Trugbilder. Errichten Sie ein festes Fundament für Ihr Bewusstsein auf Kräften, die direkt aus der unendlichen Quelle fließen, dem universellen Geist, dessen Abbild und Ebenbild sie sind. Diejenigen, die in den Besitz dieses Erbes gekommen sind, sind nie mehr ganz dieselben. Sie sind in den Besitz eines Gefühls der Macht gekommen, von dem sie bisher nicht zu träumen wagten. Sie können nie wieder furchtsam, schwach, schwankend oder ängstlich sein. Sie sind untrennbar mit der Allmacht verbunden. Etwas in ihnen ist geweckt worden. Sie haben plötzlich entdeckt, dass sie eine ungeheure latente Fähigkeit besitzen, derer sie sich bisher überhaupt nicht bewusst waren. Diese Kraft kommt von innen, aber wir können sie nur empfangen, wenn wir sie geben. Nutzen ist die Bedingung, unter der wir dieses Erbe erhalten. Jeder von uns ist nur der Kanal, durch den die allmächtige Kraft in Form differenziert wird. Wenn wir nicht geben, ist der Kanal verstopft und wir können nicht mehr empfangen. Dies gilt auf jeder Ebene der Existenz, in jedem Bereich der Bemühungen und in allen Lebensbereichen. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir. Der Sportler, der stark werden will, muss die Kraft nutzen, die er hat, und je mehr er gibt, desto mehr wird er bekommen. Der Finanzier, der Geld verdienen will, muss das Geld nutzen, das er hat, denn nur, wenn er es nutzt, kann er mehr bekommen. Der Händler, der nicht dafür sorgt, dass seine Waren herausgehen, wird bald keine mehr hereinbekommen. Das Unternehmen, das keinen effizienten Service bietet, wird bald keine Kunden mehr haben. Der Anwalt, der keine Ergebnisse erzielt, wird bald keine Klienten mehr haben. Und so ist es überall. Macht hängt von der richtigen Verwendung der Macht ab, die wir bereits besitzen. Was für jeden Bereich der Bemühungen, jede Erfahrung im Leben gilt, trifft auch auf die Macht zu, aus der jede andere unter den Menschen bekannte Macht hervorgeht. Geistige Macht. Nehmen Sie den Geist weg. Was bleibt übrig? Nichts. Wenn also der Geist alles ist, was es gibt, dann muss von der Anerkennung dieser Tatsache die Fähigkeit abhängen, alle Kräfte zu demonstrieren, seien sie körperlich, geistig oder spirituell. Aller Besitz ist das Ergebnis der akkumulativen Geisteshaltung oder des Geldbewusstseins. Dies ist der Zauberstab, der Sie in die Lage versetzt, die Idee zu empfangen, und er wird Pläne formulieren, die Sie ausführen können. Und Sie werden an der Ausführung ebenso viel Freude finden, wie an der Befriedigung über das Erreichte und die Leistung. Gehen Sie nun in Ihr Zimmer. Nehmen Sie denselben Sitz, dieselbe Position wie zuvor ein und wählen Sie im Geiste einen Ort, der angenehme Assoziationen weckt. Machen Sie sich ein vollständiges geistiges Bild davon. Sehen Sie die Gebäude, das Gelände, die Bäume, Freunde, Gesellschaften, alles zusammen. Am Anfang werden Sie an alles Mögliche denken, nur nicht an das Ideal, auf das Sie sich konzentrieren wollen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Beharrlichkeit wird siegen. Und Beharrlichkeit erfordert, dass Sie diese Übungen jeden Tag ohne Unterlass praktizieren. bao nhiêuaku oder weil mercolen neue die throne der wenn heute sei